Auf den Pöhlberg nach Annaberg zu kommen, fühlt sich an wie Heimkommen. Es ist meine Heimat und wenn man hier nach hinten guckt und die Aussicht genießt, ist einfach der Hammer und man kann über das ganze Erzgebirge blicken. Ich bin auf Wettbewerben in der ganzen Welt unterwegs, egal ob in Neuseeland, Kanada oder China. Ich habe vor zwölf Jahren angefangen mit Fahrradfahren, bin mit meinen Freunden die Straße hoch und runter. Wir haben uns erste kleine Rampen gebaut. Mittlerweile sprießen aber Fahrradstrecken und erste kleine Bikeparks aus dem Boden und das Erzgebirge bietet für Fahrradfahrer einen perfekten Spielplatz. Für mich steht der Charakter des Erzgebirges ganz klar für Heimat, für draußen sein, für sich an der frischen Luft betätigen, egal ob es Fahrradtouren sind, ob es Wandern ist, Klettern. Man kann sich das ganze Jahr in allen Jahreszeiten hier beschäftigen und kann sich ein schönes Leben machen. Deswegen wünsche ich mir, dass mein Erzgebirge und mein Tölberg zum Welterbe werden.